Ihr wollt wissen, wie man ein Rennfahrer wird? Wie man so viele coole Helme sammelt wie ich hier? Gut, die meisten sind bei Ebay ersteigert. Aber es gehört ganz schön was dazu, Rennfahrer zu werden. Eine coole Crew wie hier, ein cooles Fahrzeug. Jeder fängt klein an, genauso wie ich. Ich war schon immer fasziniert von der Geschwindigkeit. Mein erstes Bobbycar habe ich getunt und ich fuhr sogar fast so schnell wie ein Fahrrad. Als ich mit meinem Fahrzeug unterwegs in Europa zu den Rennstrecken der Welt war, fuhr ich zuerst für kleine Teams und arbeitete mich immer weiter hinauf. Ich kam in größere Teams und das Überholen war das Beste was ich konnte. Es machte mir richtig viel Spaß. Bis zu dem Tag, an dem ich auf der Rückfahrt von der Rennstrecke plötzlich umkippte. Meine ganze Karriere war für mich fragwürdig geworden. Mein Leben war ein Trümmerhaufen aus Scherben. Sollte ich es nochmal wagen, ich fuhr erstmal in den Urlaub. Du hast die Schlüssel, pass gut auf das Auto auf. Ich fuhr weit weg, entfernte mich von all den Rennstrecken der Welt, kam zu mir und entschied mich, weiterzumachen. Ich startete durch, fing wieder von vorne an, kämpfte mich durch, biss mich an jedem Gegner vorbei, bis zur Unendlichkeit und fast noch viel weiter. Jede Kurve, jede Gerade, eine neue Herausforderung, ein neues Leben, der Speed in meinem Weg pumpte mich ganz nach vorne, an die oberste Stufe der Rennserie in der Welt. Niemand konnte mich aufhören, keine Korre, keine Strecke. Ich schaffte es bis nach ganz oben. Eine GCG und GCHD-Produktion 2013. Hat das Leben an der Rennstrecke irgendwelche bleibenden Schäden bei Ihnen hinterlassen? Nein, nein, nein.